Ich wollte schon immer bei so einem Styling gerne mal mitmachen, einfach um zu wissen, was man so aus mir rausholen kann. Und ich finde es auch interessant zu sehen, wie andere mich sehen. Bei Dagmar haben wir ein bisschen was von der Länge weggenommen. Wir haben ein bisschen mehr Stufung reingegeben, dass sie ein bisschen mehr Locker hat. Bei Dagmar war das so, dass sie gerne mal Lippenstift tragen wollte, aber nicht genau wusste, wie sie das umsetzen kann. Und das habe ich ihr heute gezeigt und sie hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Also normalerweise schminke ich mich sehr wenig, bis auf Wimperntusche und ein bisschen Lippenstift eigentlich kaum. Und jetzt diese stark geschminkten Augen, das ist was ganz Neues für mich. Ich bin aber begeistert. Ich finde das sehr schön. Dagmar wollte ein Kleid, was nicht schwarz ist. Das wusste ich in unserem Gespräch. Und der Print ist, finde ich, eine gute Mischung. Es ist elegant. Es ist nicht schreiend rot, aber es ist eben auch nicht schwarz. Es ist eine gute Mischung. Ich würde auf jeden Fall jetzt mutiger mal, denke ich, mit Farbe werden. Also ich habe ja sonst immer nur so schwarz oder dunkelblau oder grau gegriffen, muss nicht auffallen. Aber ich nehme mir mit von diesem Styling, dass ich durchaus Farbe tragen kann.